Vor der 4. Stadthalle haben Tierschützer gegen Adidas protestiert. Adidas sei der einzige Sportschuhhersteller, der noch Känguruleder einsetze. Anlass war die dort abgehaltene Adidas-Hauptversammlung. Das Unternehmen aus Herzogenaurach wehrt sich, das Leder würde ausschließlich von Zulieferern kommen, die von der australischen Regierung überwacht würden und das Tierwohl im Auge hätten.